Musik Musik Hallo, ich habe noch ein paar Schüsse von mir geschnitten. Ah, dann habe ich noch ein paar Schüsse. Dann habe ich das Beschissene Ton. Gehst du den Töfff hast du nicht und... Was ist das, wenn wir die Töpfe anbauen? Jungs, was meinet ihr? Schmeissen wir nachher die Töpfe an und machen da etwas Musik? Ja, da oben kannst du schon. Also nicht übertreiben! Nicht in die Rätsholbegrenze rein! Nein! Er darf nicht mit den Kässen spielen! Was ist das? Was ist das? Es geht nicht! Das ist es. Das ist es. So, da sind wir wieder. Wieder on Tour nach einer kleinen Pause. Hat auf jeden Fall sauviel Spaß gemacht jetzt bis nach oben. Jetzt hat es leider ein bisschen zugemacht. Nicht mehr so viel Sonne. Aber wir sind doch... Wir sind doch ganz gut vorangekommen. Wir sind doch ganz gut. 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 Leck mit dem Arsch hier! Schnee auf der Straße, nasse Straße, Kieser auf der Straße, das ist ja eine Katastrophe für die Motorradfahrer. Leck mit dem Arsch hier! Das war's. Oop! Oh Wie war das mit dem Berg? Ja, wir haben noch achtmal. Ja, ja, ist nicht wie. Ah ja? Ok. Ich bin auch schon mal da drüber. Ok. Das ist doch nicht das ist klar. Wir haben auch noch ein paar Abweierkarten. Das ist eine reiche Schalze. Wir haben etwas erlebt heute. Ja, das ist ein Geschäft. Wir wären besser nach hinten. Auf Wiesenthal. Ah ja. Ja, ich auch schnell. Pinkelpause. Oh, ich habe deinen Teufel verspritzt. Ich weiss. Du bist jetzt aufgefahren. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ja, bei diesem Schnee da. Ich mache lieber dreimal vorsichtig. Wir haben es nochmals gemacht. Nein, nein. Ja, ja. Karli, ich will mich fast mehr pflegen. Ich fahre nicht falsch. Du bist gar nicht falsch. Du spickst dumm und hast mich versteckt. Euch? Ja. Toing, toing, toing. Das ist eine Z-Krankheit. Ja, das ist eine Z-Krankheit. Mit dem Arsch so weit oben. Ja, ich bin immer krissen. Was passiert bei dir auch? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, er hat ja auch. Er hat das 57, ich habe 800. Das ist eigentlich schon geil. So im Februar gefahren. Auf jeden Fall. Ein bisschen Schnee und so. Ja, easy. Du, nichts Stimmers, oder? Es ist montiert. Wenn man das gesagt hat, sind jetzt die Bikes montiert. Gut, es ist jetzt noch gegangen. Jetzt gehen wir hier drüber oder kehren? Wir gehen hier drüber. Ja, es ist nicht viel, glaube ich. Glaubst du oder weisst? Glaubst du oder weisst? Es ist schon lange her. Ich bin mal hier drüber. Ja, ja. Und da ist ein Auto vor mir. An dieser Strecke. Aha. Ich habe mich da noch überholt. Ich habe nicht gewissen, dass es nach einer... Oh, shit. Hey, ich bin drauf gekommen. Ich glaube. Ja. Ja, aber da oben ist sehr schön zu fahren. Ja, schon. Ist einfach jetzt alles noch easy dreckig. Ja, ja. Das ist halt. Wenn ich sehe, die Kurve wird schon anfangs nass, dann gehe ich lieber dreimal längsamer. Einmal zu schnell. Nein, macht ja viel mehr Sinn jetzt. Ja, ja. Aber da oben sind wir zufrieden gewesen. Ja, voll. Ist aber auch schön gewesen. Ja, ja. Hast du ganz viel Dreck gehabt? Ja. Auf jeden Fall. Fuck. Wenn ich nach Hause komme, dann musst du abspritzen. Ja, ja. Ja. Wenn du nach Hause kommt, musst du abspritzen. Ja. Ja. Ich habe heute Morgen in meiner Aufnahme, weisst du, für YouTube, habe ich gesagt, ja. Ja, ich tue gerne im Neujahr einmal abspritzen, bevor ich fahren gehe. Da kann man dann im Nachhinein einfach sagen, oh. Man ist gerade viel ruhiger auf dem Typen. Auf jeden Fall, ja. Hast du dich gesehen, Fussgängerin? Ja. Wieso? Ja! Ja, die hat wahrscheinlich gehört, wie ich hinten drauf aufgedreht habe. Ja, wir müssen... Wir kommen jetzt rein. Von denen gibt es nicht für die. V.a. mit den Dörferinnen einmal. Der Kollege mit seiner Bühle. Ein Remus-Dopf drunter. Auf dem Vierzimmer hat er hier Krapowitsch. Nicht wirklich, das ist schon laut. Gekreischt halt einfach? Nein, eben nicht. Es ist verdammt dumpf. Ah schon? Es vibriert verdammt. Okay. Ich kann da Krapowitsch immer nur so... Ich muss mal schauen, ob ich... Ja, nein, die Batterie ist kaputt. Okay. Ich hätte ihm fragen können, ob ich heute Abend anlanden hätte ich eine Aufnahme geschickt. Ja, voll, ja. Das ist... Bös. Ich höre manchmal vom Kreiseln, wenn er verdammt. Oh fuck, das Auto ab. Auto, Jungs. Ja, gehen wir nachher gleich weiter. Ja. Ist gut? Ja. Ja. Oh, geil. Ja, das geht ja. Rechts, oder? Ja, noch nicht. Also rechts, oder? Ja, der Südweg ist da, ja. Ist gut! Ja, der Südweg ist da. Wir sind wieder drin, ja, der Südweg der Südweg ist da. Ja ... Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Ich habe nur den schönen Teer gesehen, deshalb habe ich mich da hochgezogen. Sehen wir alle? Läge 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 Auf Wiedersehen. Oh, yes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020